Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Weiter geht's, wir erkunden das Galaktikgebäude von Schleide. Jetzt bin ich mal gespannt, müssen wir noch kämpfen? Ja, ne? Wir sind doch Rüpel ohne Ende, natürlich! Macht dir die Schleicherei durch unser Hauptquartier Spaß, Eindringling? Jetzt wirst du jedenfalls ganz ohne Schleicherei Hidaus befördert. Zwei Pokémon hat der Gute, und zwar ein Golbat und wahrscheinlich so ein Stinktier, ne? Oder die dicke Katze. Alles ist möglich. So, wir nehmen den Flammenwurf. Jorful wird ja immer stärker und stärker. Ich denke mal, das ist hier ein ganz gutes Training für die schwächeren Member meines Teams. Ja, vor allen Dingen, die Rüpel sind auch nicht so stark, also das passt schon. Als nächstes haben wir Golbat. Oh, okay, zwei Golbats. Mal was ganz Kreatives. Wer hätte das gedacht? Naja, ich bleib natürlich bei dem Flammenwurf. No, unvergiftet. Ach, wie ärgerlich. Hab ich ein Gegengift dabei? Ich glaube ja, ne? Also ich muss Jorful gleich auf jeden Fall ein bisschen heilen. Ich kann dich wohl nicht am Weiterschleichen hindern. So sieht's aus, Kollege. Und direkt der nächste Kampf, ne? Moment, Moment, Moment. Habe ich Gegengift? Ja, habe ich. Oder relativ viel. Ja, und du kriegst noch einen Trank. Beziehungsweise so eine Kumu-Milch. Dein Licht wird verblassen. Von jetzt an leuchtet nur noch Team Galaktik. Ein weibliches Mitglied. Auch zwei Pokémon. Ein Golbat. Ja, hat die auch zwei Golbat? Könnte sein, ne? Vielleicht haben die sich abgestimmt, die beiden. Ganz kreativ. Gut. Wir bleiben bei dem Flammenwurf unten. Haben wir das hier rucki zucki erledigt. Das Schöne ist, dass dieser Verbrennungseffekt relativ oft auftaucht, ne? Wenn man den Flammenwurf einsetzt. Das könnte noch nützlich werden später. Sehr schön. Joffol ist auf 39. Und versucht Grimasse zu erlernen. Jagt dem Ziel mit einer Grimasse Angst ein. Dessen Initiativewert sinkt stark, ne? Das klingt langweilig. Hey, Schaloko! Da ist der Flammenwurf sogar sehr effektiv. Und schon haben wir einen weiteren Kampf gewonnen. Äh, das verstehe ich nicht. Wieso die Eile? Joho! Da oben ist ein Teleporter. Achso, oh, hier gibt es richtig viele Teleporter. Drei Stück. Da ist so ein Wissenschaftler. Hallöchen! Du wirst unsere Forschung nicht sabotieren. Für Team Galaktik. Für den Boss. Bin mal gespannt, was der Boss für Pokémon hat. Oh, er hat nur eins. Forscher Fulkma. Was für ein schöner Name. Ein Kadabra. Ja, die Forscher, die haben immer Kadabras, ne? Das ist eben so der Gag dabei. Das ist eben so der Gag dabei. Ich hatte keine Chance. Das war jäberlich. So sieht's aus. Okay, wir müssen... Jorful nochmal heilen. Ich würde sagen, ich spiele so lange mit Jorful, bis er Level 40 hat. Und dann wechsle ich auf Vassili und dann noch auf Marie. Also, ich schaue, dass die alle so auf 40 landen. Beziehungsweise, die leveln ja so oder so mit, ne? Aber ich bringe sie aktiv auf 40. Nacheinander. Ach, hier kann man sich heilen. Oh, wie schön. Oh, dann hätte ich mir jetzt auch den Einsatz der Milch sparen können. Schlafraum von Team Galactic. Überprüfe stets, ob das Bett leer ist, bevor du dich hineinlegst. Ja, das ist allgemein ein guter Tipp fürs Leben, würde ich sagen. Gut, da haben wir so einen Doppelkampf. Wo führen denn die anderen Teleporter hin? Also, ich würde natürlich schon ganz gerne auch alle Wege gehen. Achso, ah, hier kommt man vielleicht zu dem Item da unten, ne? Ne, doch nicht. Das Motto von Team Galactic lautet, alles weit und breit gehört uns. Heute ist die Welt und, ne, heute die Welt und morgen das Universum. Ich dachte erst, heute ist's die Welt und morgen das Universum. Was haben wir denn hier? Ein Toppeleber. Oh, super, super nützlich. Also, ich denke mal, der Weg vorhin, das war schon der richtige, ne? Also, ich glaube, das war korrekt. Wohin vorhin dieser Teleporter? Ins Nichts. Okay. Na, dann gehen wir nochmal hier vorne drauf. Und dann kämpfen wir gegen die beiden Rüpel, beziehungsweise gegen Rüpel und Rüperline. Genießt du deine wilde Tour durch das Hauptquartier von Team Galactic, zu der du nebenbei keinerlei Berechtigung hast? Hallo, kleiner Trainer. Du gehst bei Team Galactic schon als Berühmtheit. Wer dich außer Gefecht setzt, bekommt eine Beförderung. Ja, könnt ihr ja mal versuchen, ihr kleinen Schlünze. Okay, drei und zwei. Skunkapu und Gleebunkel. Das könnte sogar anstrengend werden. Vorahnung, okay. Naja. So, Luftschnitt ist sehr effektiv gegen Gleebunkel. Ja. Ich konzentriere mich erstmal auf Gleebunkel, würde ich sagen. Okay, so viel dazu. Achso, das war auch noch ein Volltreffer. Ja, gut. Dafür, dass das nicht sehr effektiv ist, hat das ganz schön viel Schaden gemacht, ne? Und das war's mit Skunkapu. Das hat sich selbst umgebracht. Jo, Gleebunkel. Gut, da hab ich ja wieder die Luftattacke. Und Charmian, die kleine Katze. Da kann eventuell dieser Floor was ausrichten. Sehr schön. So viel zum zweiten Gleebunkel. Hey, Roland erreicht Level 52. Und versucht Bohr-Schnabel zu lernen. Eine Flugattacke. Korkenzieher-Angriff, bei dem der Schnabel als Bohrer dient. Ich glaube, die lerne ich sogar, die Attacke. Weg mit dem Blubstrahl. Die Katze kann Aero-Ass einsetzen. Das ist doch eine Flugattacke, oder nicht? Also wegen Aero hätte ich jetzt jedenfalls gedacht. Sehr schön. Marie erreicht Level 38. Noch ein Skunkapu. Level 35. Das ist machbar. Ich nehm den Flammenwurf. Und keine Ahnung, das Rasierblatt. Ich hoffe, der Schaden reicht's. Sehr schön. Ja, und ich glaube, dann haben wir gewonnen. Du lässt mich jetzt tun, was ich will. Damit hat sich meine Beförderung wohl erledigt. Oh. Okay, aber die waren schon recht stark, ja. Ich heil mich nochmal. Eventuell geht's jetzt auch direkt zum Boss. Könnte ich mir gut vorstellen. Das ist quasi so, die letzten Wachen waren. Oh, drei Teleporter. Okay, wir fangen unten links an. Das sieht ganz gut aus. Jo, da vorne, da ist der Leader. Wohin führen denn die anderen zwei? Okay, so ein Aufenthaltsraum oder so, ne? Ach so, ah! Den Raum hab ich schon gesehen. Ein Elixier. Vorhin stand ich da links neben den Kisten. Und der letzte Teleporter. Okay, dann stand ich doch nicht links neben den Kisten vorhin. Aber da oben stand ich. Ich hab auf jeden Fall irgendwie den Gegenstand schon mal gesehen, den ich gerade eingesammelt habe. Da bin ich mir relativ sicher. Andererseits, hier sieht alles gleich aus, ne? Also... Na ja. Gut, ich freu mich. Ja, wobei, gegen ihn nehm ich lieber meine stärkeren Pokémon. Da packe ich mal die Schattener H auf 1. Ja, genau. Denn ich denke mal, der wird Hardcore sein. Oder ich hoffe es. Sieh einer an, dann bist du wohl der Trainer, von dem ich gehört habe. Jener törichte Trainer, der sich für stark genug hält, um Team Galactic aufzuhalten. Allerdings hätte ich nicht erwartet, dass es sich dabei um einen 3-Käse-Hoch-Wedich handelt. Nun ja, unseren Kommandern scheinst du ja ziemliche Probleme bereitet zu haben. Ich weiß im Übrigen, warum du hier bist. Es geht um Selfie, Vesperid und Tobu, so richtig? Du willst sie retten. Ich brauche sie nicht länger. Sie haben ihren Zweck bereits erfüllt. Wenn du sie unbedingt retten willst, nur zu mir ist es gleich. Damit ersparst du mir eher die Arbeit, sie selbst beseitigen zu müssen. Allerdings muss ich sagen, du bist schon erstaunlich. Diese Pokémon haben rein gar nichts mit dir zu tun. Und dennoch willst du sie retten. Warum? Aus Mitleid? Welch nutzlose Emotion. Unlogisch. Irrational. Mitleid und Barmherzigkeit sind Produkte des schwachen menschlichen Herzens. Solch jämmerliche Sentimentalitäten haben dich also hierher gebracht. Kurze Anmerkung. Die Musik im Hintergrund ist ja sowas von unpassend. Die ist viel zu fröhlich. Gleich wirst du es bereuen, auf dein Herz gehört zu haben. Ah, jetzt kommt die gute Mucke. Da ist er. Galaktikboss Cyrus. Boah, der sieht so cool aus, ne? Ich finde den schon... Ich finde den schon nice, den Typen. Cool. Er greift mit einer Krähe an. Ja, warum auch nicht? Dann könnt ihr es auch gegenseitig mit Wattebäuschen abwerfen. Jo, Fokusstoß. Immer drauf. Okay, fängt gut an. Nichts passiert in der ersten Runde. Bäm! Das war's mit Kramurks. Der Hintergrund ist übrigens wunderschön. Als nächstes kommt Golbat. Ja gut, da sollten Psycho-Attacken ja sehr effektiv sein. Aber der ist doch nicht so stark, wie ich dachte. Also ich hätte gedacht, der hat jetzt irgendwie... Pokémon auf 50 oder so. Ich dachte, der wäre halt dramatisch stärker als seine Gefolgschaft. Oh, sehr schön. Ich hatte eine H auf 54, Vasili auf 35 und Yonful auf 40. Als nächstes haben wir noch Schliebel oder Schliebel. Mein letztes Pokémon. Boah, der ist ja wirklich voll schwach. Also das ist ja total krass. Schade. Ich dachte, der wäre jetzt irgendwie ein echter, großer, krasser Gegner. Oh nein, Schatten, aha, er holt sich eine Erkältung. Er holt sich. Holt sich eine Erkältung, meine ich. Ich muss eingestehen, dass mir eine Niederlage droht. Ja. So sieht's aus. Ja, wobei, ganz schön flinkt das, Nibel, ne? Also, zumindest greift es als erstes an. Ja, Leute, und das war's schon. Also so halb episch, der Kampf. Interessant, aber auch etwas merkwürdig. Vielleicht gibt's ja nochmal ein Rematch gegen den oder so. Verstehe, du bist tatsächlich sehr stark. Deine Kraft ziehst du also aus dem Mitgefühl und der Zuneigung, die du für Pokémon empfindest. Welch eine Verschwendung. Solche Emotionen sind nichts als Illusionen. Und wie alle Illusionen verblassen sie mit der Zeit und lösen sich am Lebensende in nichts auf. Deswegen habe ich all diese nutzlosen Emotionen aus meinem Leben verbannt. Aber ich bezweifle, dass du meine Sichtweise jemals teilen wirst. Ungeachtet dessen hast du Mut und Stärke bewiesen, indem du auf eigene Faust hier aufgekreuzt bist. Das weiß ich zu respektieren. Hier ist deine Belohnung. Hey, oh, ein Meisterball. What? Der Meisterball ist der beste aller Pokébälle. Mit ihm lässt sich jedes wilde Pokémon fangen und zwar immer und überall. Ich habe jedoch keine Verwendung dafür. Im Gegensatz zu euch Trainern betrachte ich Pokémon weder als Freunde noch als Partner. Ich verwende sie auch nicht als Werkzeuge wie die anderen Mitglieder von Team Galaktik. Stattdessen mache ich mir die Kraft der Pokémon zu eigen. So ein wehrter Typ. Wenn dir wirklich etwas daran liegt, die Pokémon der Seen zu retten, dann nutze den Teleporter dort vorne. Ich begebe mich unterdessen zum Kraterberg. Ja, du hast richtig gehört. Zum Kraterberg, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Ich werde seinen Gipfel erklimmen und das Ende allen Seins einläuten. Nein, viel eher werde ich den Weg für einen neuen Anfang ebnen. Na dann befreien wir mal alle. Hauptsache wir haben Meisterball. Oh, jetzt haben wir coole Musik. Die da oben war viel zu fröhlich. Ich habe Team Galaktik tatkräftig unterstützt, aber dieses Experiment ging zu weit. Okay. Ich kann nichts zu unserer Verteidigung sagen, aber zu welchem Zweck soll dieses Ding, das wir erschaffen haben, überhaupt eingesetzt werden? Oh, die sehen sehr legendär aus. Du, du bist den ganzen weiten Weg gekommen, bloß um hier ein paar Pokémon zu retten. Unser Boss ist mir echt ein Rätsel. Aber das ist nichts Neues, denn ich habe noch nie verstanden, warum er so tickt. Ich meine, warum lässt er dich, Pimpf, hier einfach kommen und gehen, wie es dir passt? Wir von Team Galaktik nehmen uns, was wir brauchen und löschen alles andere aus. Egal, wo du schon mal hier bist, will ich dich auch auf unsere Art willkommen heißen. Siehe es einfach als kleine Revanche für das, was du am See mit mir abgezogen hast. Oh, echt? Direkt der nächste Kampf? Ja, eventuell ist er ja stärker als der Boss. Wobei, gehe ich jetzt nicht von außen. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. So, Simsala gegen Kadabra, Level 38. Das ist doch nichts. Ein Toxiquark, okay, das finde ich sogar cool. Und als letztes haben wir ein Bronzel. Und das war's mit dem Commander. Na, stärker ist er nicht geworden. Du bist stark, Kind. Trotzdem bedauere ich Menschen mit dich. Warum bist du bloß so stark? Ach, was soll's. Dann mach doch mit diesen drei Pokémon, was du willst. Drück den Knopf auf der Maschine, um sie zu befreien. Mach ich auch. Verzieht euch alle. Möchtest du auf den Knopf drücken und die Pokémon befreien? Ja, natürlich. Oh, die sehen süß aus. Und weg sind sie. Unser Boss hat eine rote Kette aus den Kristallen der drei Pokémon geschmiedet. Diese rote Kette braucht er offenbar, um etwas auf dem Kraterberg zu fesseln oder so ähnlich. Aber mehr weiß ich nicht. Keine Ahnung, was er da oben wirklich vorhat. So, Leute. Ich glaube, dann sind wir hier fertig. Oh, sind die alle weg? Jo, ne? Denke mal, die haben das Gebäude verlassen. Besser so. Was ist das hier für ein Teleporter? Achso, ah, da kommt man raus. Okay. Hey, da vorne liegt noch ein Gegenstand. Nein! Wie komme ich da hin? Ach, wobei, egal. Jo, wir sind wieder draußen. Begib dich auf den Gipfel des Kraterbergs, um Team Galaktik aufzuhalten. Okay, da müssen wir hin. Also, ich denke mal, wir gehen am besten hier unten lang. Ja, wir fliegen nach Herzhofen. Dann gehen wir nach links und dann praxeln wir da irgendwie hoch, ne? Macht, glaube ich, Sinn. Ja, das war ja schon ein nettes kleines Abenteuer in dem Galaktikgebäude. Gar keine Frage. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. So, ich würde übrigens vorschlagen, wir setzen jetzt mal Dragonir auf 1. Hat das eigentlich Wasserattacken? Ja, Nassschweif. Okay. Wenn ich denke mal, wir kämpfen jetzt hauptsächlich gegen Gesteins-Pokémon in der Höhle. Die große Frage ist, wo geht es denn hier überhaupt nach oben? Wir müssen auf jeden Fall eine VM einsetzen, ne? Wo wir gerade beim Thema Einsetzen sind. Ich hau mir mal eben Superschutz rein. Dann werden wir zumindest nicht von wilden Pokémon abgelenkt. Ja, irgendwo, irgendwo konnte man noch hier nach oben kraxeln. Wo war das denn? Ah, genau, da. Diese Felswand ist sehr uneben. Möchtest du kraxler einsetzen? Ja. Ein wildes Bidifas setzt kraxler für uns ein. Boah, okay. Das war auf jeden Fall schon mal nicht die richtige Stelle. Eventuell müssen wir auch in die Höhle rein. Und dann innen nach oben kraxeln könnte auch sein, aber... Ja, wobei macht sogar mehr Sinn, ne? Dass das innen weitergeht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der Trainer ist relativ stark. 35, ja, das könnte unangenehm werden. Ich glaube, da hat Dragonia keine Chance. Ja, das wird kritisch. Okay, dann heile ich dich mal eben. Ich kann nicht mehr fliehen. Ja, fantastisch. Das ist mir ehrlicherweise relativ egal. Wie wäre es denn mit Drachenrute? Ach man, Golbert darf immer als erstes angreifen. Bäm, und das war's. Das gibt jetzt aber ordentlich XP, ne? Ja, ja, genau. Als nächstes kommt Georox. So. Für dich habe ich ja eine Wasserattacke. Wasserattacke. Sehr schön. Drei Level-Ups. Und ein Onix. Da benutze ich auch wieder die Wasserattacke. Und dann haben wir auch schon gewonnen. Ja, aber ansonsten können wir hier oben auch gar nichts machen, ne? Boah, auch immer die blöden Onix mit ihrer Robustheit. Sehr schön. Das war's mit Sascha. Oh, hoppla, hoppla, li ho. Tja. Wollen wir sonst noch was machen? Ne, ne? Oh, doch. Du findest ein Fläschchen Eisen. Nice. Voll das Versteck. Was sagst du dazu, Roland? Roland Junior sieht sehr glücklich aus. Okay. Na, dann betreten wir mal die Höhle. Ja, liebe Leute. Und wie es hier weitergeht, das erfahren wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und da partet euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao. 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 Ciao.